Hallo Minecraft, willkommen zurück zu Minecraft Captive und wir haben letztes Mal irgendwo ein Loch gebuddelt. Ich finde es immer von hier oben aus nicht. Ach, hier ist es. So, um ein Achievement zu erledigen. Ups, bisschen dunkel hier. Und dazu müssen wir uns nach oben bauen. Erstmal. Wir haben auch gleich nichts mehr zu essen. Wir haben ein bisschen ungeschickt. Und dann können wir am Ende mit dem Bogen gerade alles runter schießen. Ich habe gesagt, auf 65 muss ich glaube ich. Das heißt, so viel brauchen wir gar nicht mehr. Das können wir voll machen. Das kriegen wir hin. Ich hoffe natürlich, dass hier nicht irgendwo Lava drüber ist. Wenn da Lava ist, dann haben wir die A-Karte. Aber mal so richtig. Ja, mein Gedanke ist ganz einfach. Ich kann ihn euch gleich nochmal erläutern. Mein Gedanke ist, hier oben hinstehen. Mal hier. Und dann einfach mit dem Bogen hier runter halten. Das sind 50 Blöcke. Das sollte gehen. Also, sobald wir auf der Höhe sind, wo das gehen kann. Also, 50 Blöcke drüber. So. Wir brauchen aber jetzt erstmal was zu essen. Ne, da ist noch ein bisschen. Ein bisschen Zaun. Deshalb, äh, blockt das gerade on. Von wo kommen wir denn? Ähm, von oben. Hier müssen wir langen. Ja, wir sind schon recht hoch. 62. 65 habe ich gesagt, glaube ich. Dann, äh, rassen wir mal kurz hoch. Ups. Wir brauchen nämlich was zu futtern. Und ein paar Pfeile brauchen wir auch. Und dann können wir nämlich bald, äh, noch ein Achievement abschließen. Das wäre sehr cool. Ja. Boah, man ist ja ewig lang unterwegs, weil man auf nem Berg in Captive Minecraft spawnt. Ja. Deshalb schneit's ja auch alles, alle furzlang und, und, ähm, ist ja nie wirklich schönes Wetter. So, jetzt ist allerhöchste Eisenbahn im Essen. So. Ja, wohl. So. Wart ihr noch gar nicht fertig wieder? So. Vielleicht sollten wir auch außenrum einfach nochmal einen Gang nach unten geraten. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Äh, Essen haben wir. Gold haben wir noch ein bisschen. Was wollte ich denn machen? Pfeile. Pfeile. Wollte ich mitnehmen. Habe ich keine? Error of Healing? Was passiert, wenn ich so'n Pfeil auf nen Villager hau? Interessante Frage, oder? Also auf dem Zombie-Villager wohlgemerkt. Äh, wo sind... Wo sind bitte meine, ähm... Meine Pfeile? Hat er doch da einen Haufen. Habe ich die in die Kiste? Nee. Nein! Dann bin ich umsonst nach oben gegangen. Ich bin eigentlich nur wegen dem Pfeilen hoch. Nein, wegen dem Essen auch, aber... Das ist ja egal. Warte mal, kann ich? Oh, ich hab grad... Ich hab grad ne Idee. Die muss ich jetzt kurz... Wie viel Blöcke sind denn? Ne, das reicht nicht. Oder? Ich hab grad überlegt, irgendwie mit TNT, das Ding da hinten. Äh, der... Äh, der ist, äh, äh... Der ist, äh... Der ist, äh... Der heißt Zuckerrohr zu kriegen. Aber wahrscheinlich würde ich das dann mit mehr, äh, zerstören, wie bekommen. Die Kiste hatte ich schon geöffnet, oder? Ja, das stimmt schon fucking, logisch. Haben wir schon. Ja, mehr wie XP krieg man hier auch nicht. So, ähm, ja, hier weiter. Da weiter. Und da müsste eigentlich gleich schon unser... Ach ne, bei den Bahnschienen war das, genau. Oh, sehr schön, dass ich den Weg hier... Auf welchen Fächer sind wir hier? Oh doch, das ist noch wirklich ein Stück weiter. Da sind sie, da sind sie doch. Ähm, man muss trotzdem mal kurz gucken, wo ich... Wo ich die Pfeile hin hab. Jetzt funktioniert das Ganze nämlich gar nicht. Neunzehn. Nochmal zwei Eisenblöcke. Das reicht natürlich bei Weitem noch nicht. Aber wir geben uns Mühe. Äh, Schienen. So, lass mich mal kurz gucken. Es kann gehen. Es kann funktionieren. Das kann gehen. Leutchen. Und wenn das funktioniert, dann nimmt mich den Meister des Bogens. Nein, es kann nicht funktionieren. Ich muss da noch mehr abbauen. Also, bis gleich. Ich probiere, das hier fertig zu machen. Ich wenigstens noch kurz sein. So Leute, wir haben das Ding hier fertiggestellt. Wir müssen jetzt nur irgendwie ein Skelett treffen. Das ist aber gar nicht so einfach. Weil, ähm, ja, die verstecken sich. Deshalb muss ich unten jetzt nochmal das Loch ein bisschen größer machen, dass ich da mehr sehe. Ich will so ein Skelett töten. Ich will so ein Skelett töten. Da ist ein Enderman. Oh, du Skeletten. Hm. Wenn der Enderman jetzt kommt und mich haut, dann falle ich hier runter. Aber so geht das nicht. Tja. Können wir wohl nichts machen. Ich glaube, der Gedanke ist ziemlich gut, den ich hab. Aber die Ausführung ist einfach nur Kacke. Also müssen wir hier wieder eine Folge ohne Erfolg abschließen. Außer, dass wir... Warte mal, wir könnten probieren, nochmal von dem Enderman was kriegen. Äh. Das könnte man diese Folge noch probieren. Und dann war's das nämlich auch schon wieder. Von der heutigen Folge Minecraft Sky... Äh, nein, nicht Sky. Äh, 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 Captive. Äh, da,ragt Ich hab den Spawner gekillt. Und die Hexe hat mich verhext. Fuck. Einen Spawner wollte ich definitiv nicht killen. Alter, wie stark sind denn die Hexen? Fuck, fuck, fuck. Na und jetzt? What? Och Mann. Die kam hinter uns und hat uns einfach so gekillt. Jetzt muss ich gleich nochmal runter. Ich muss ja meine Sachen saven. Ach Mann. Ich nehm mal einen Eimer Wasser mit. Und äh, Couple Stone. Weil ich glaube, wir könnten endlich mal das machen, was wir schon lange machen wollten. Ein Wasserbecken unten. Und durch den Schach, den ich jetzt schon gegraben hab für die, äh, Zombies. Wo ich eigentlich die, also Chiefment erledigen wollte. Bietet sich das an. A. 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 Musik Ich krieg Aggression, Mann! Gibt's doch nicht so eine einfache scheiß Aktion, meine scheiß Sachen zu... Mann! Das ist so billig! Und du kriegst ihn nicht gebacken, Mann! Das ist total zum Ausrasten! Wie dumm ist das denn? Musik Mann! Nein! Alter! Ich raff's nicht! Ich raff's nicht! Was für... Wie blöd bist du eigentlich? Ah! Es ist jetzt das vierte Mal oder das fünfte Mal schon wieder, dass ich da runter muss, um meine scheiß Sachen zu saven! Das kann nicht sein! Ja, hier hat man ja keinen Grabstein wie sonst! Mann! Ich schreie zu viel! Es ist katastrophal! Ja, mit dem Wasser ist geil! Okay, ich komme schneller runter! Aber... Hä? Wie dumm kann man denn sein? Ich brauche Blöcke, damit ich zubauen kann, wo die Monster die ganze Zeit rauskommen. Ja, toll! Jetzt hat der mal ein Schwert! Mann! Ist ja wohl der Oberwitz! Ja, supi! Und er sagt... Oh, Mann! Ey, so dumm kann bloß ich sein! Oh, jetzt bin ich gleich wieder tot! Mann! Ich komme hier nicht mehr raus! Oh, das gibt's doch nicht! Ja, komm! Fick mich doch, Mann! Fuck you! Mann! Hab keinen Bock mehr! Bis zum nächsten Mal! Ciao, Minecraft! Seems sich ziemlich richtig in unserer Krap. Hab拍 Hund! Hä?